Was geht ab Leute, euer Pax United ist am Start und heute ist der 11. Dezember, deswegen öffnen wir das 11. Türchen des Magitex Adventskalenders. Auf jeden Fall, das 11. Türchen ist hier Silvestre von 1. FC Nürnberg. Machen wir das Türchen einfach mal auf. Tadaa, haben wir zwei Karten wieder drin. Zeigen wir mal die erste hier, Mainz Angriff. Da haben wir Shinji Okazaki, 10 Millionen Mark wert, Angriff 80, Abwehr 14, Karte Nummer 215. Den Shinji Okazaki. Und als zweite Karte haben wir die Trikots von Hannover 96. Heim, Auswärts, Ausweich und Torwarttrikot. Davon von den Hannover Trikots finde ich das Heimtrikot am geilsten, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist die ganze Karte hier die T8 Trikot 8. Hannover 96 Trikots, Börsen 14, 15. Wie gesagt, hier die Hannover Trikots mit der Karten Nummer T8. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder beim 12. Türchen. Im 12. Türchen soll an Club 100 drin sein. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein mit Ronny hier. Ronny, Ronny, Ronny. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Euer Pex und euer Tschüssikowski. Ciao.